Herzlich willkommen zum Wochenauftakt, zum Wochenausblick viel mehr mit WA Self-Investor und Fitfor-Finanz. Mein Name ist Andreas Bernstein, der Roland Jegen wird selbstverständlich auch dabei sein, damit wir über die verschiedenen Indizes, Rohstoffe, vielleicht auch Kryptowährungen schauen, was sich da an Chancen ergeben kann und natürlich auch auf die einzelnen Gewinner und Verlierer aus der Vorwoche, denn da lässt sich auch einiges ableiten. Nach dem Intro geht's los. Das sind wir beide zu sehen. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Morgen. Ja, die Woche startet ja schon ziemlich verheißungsvoll, zumindest was den DAX angeht. Wir bringen das nachher gleich mal in Ordnung. Also es ist durchaus ein heiser Sommer zu erwarten, oder? Das auf jeden Fall. Es gibt weiterhin Volatilität an den Märkten. Wir haben jetzt einen Rücksetzer gesehen in den US-Indizes in den letzten beiden Wochen, was dem Markt aber durchaus auch gut tut nach dem fulminanten Run der letzten Monate. Und ja, auch der DAX ist zurückgekommen, ist aber weiterhin auch an einem markanten Niveau. Das sehen wir auch gleich im Chart. Und auch aus fundamentaler Perspektive steht an den Aktienmärkten einiges hier im Fokus in dieser Woche. Wir haben die Fed Minutes am Mittwoch entsprechend, wo man auch nochmal sieht, wie sich die Notenbank-Teilnehmer bei der letzten Zinssitzung positioniert haben und was vielleicht schon die Aussichten für die kommende Sitzung dann im nächsten Monat ist. Die Inflationsdaten aus den USA haben zuletzt ein gemischtes Bild gezeichnet am Donnerstag und am Freitag. Die Verbraucherpreise, die deuteten eher auf einen nachlassenden Preisdruck hin. Dem gegenüber stand ein überraschend starkes Plus bei den PPIs, also bei den Anzeugerpreisen. Von daher, ja, diese gelten ja auch so ein Stück weit als richtungsweisend für die Inflation. Von daher, ja, eine spannende Woche. Und dann haben wir am Freitag natürlich auch den kleinen Verfallstag. Also es ist schon wieder soweit, schon wieder vier Wochen um. Jetzt haben wir einen kleinen Verfallstag. Von daher dürfte es auch in dieser Woche wieder spannend sein. Wir haben einige Quartalszahlen noch. Die großen sind zwar jetzt vorbei, aber es gibt durchaus noch einige spannende Werte. Auch in dieser Woche aus dem Einzelhandelsbereich kommt eine Walmart, eine Target, ein Home Depot und so weiter. Von daher schauen wir uns in dieser Woche sicherlich auch noch die ein oder andere Aktie dann etwas spezieller an. Ja, es gibt viel zu erzählen. Eigentlich ist das Format viel, viel zu klein. Und wir haben es so ein bisschen künstlich verlängert, indem wir sagen, ungefähr 30 Minuten zeichnen wir auf, auch für den YouTube-Kanal, um da so eine sehr prägnante Information auf den Punkt zu bringen. Und danach darf jeder, der hier im Zoom-Meeting ist, auch Fragen stellen. Die können jetzt gerne schon reingetippt werden, die Fragen. Ja, sehr gerne. Da gehen wir am Ende dann gerne drauf ein und analysieren auch vielleicht die ein oder andere Wunschaktie. Oder es müssen nicht nur Aktien sein, es können auch andere Instrumente sein aus dem Rohstoffsektor oder Ähnliches. Ich sammle auch schon mal fleißig und dann gehen wir ins Chartbild nach dem Risikodisklima. Genau, dann starten wir gerne hier im Chart, auch gerne mit dem DAX, vielleicht zunächst im großen Bild. Da sieht man, nach dem Rücksetzer konsolidieren wir jetzt auf dem Niveau von ca. 15.900 bis 16.000 Punkten hier im Future. Und das ist weiterhin ein markanter Bereich. Das ist diese aufsteigende Trendlinie, die bisher auf Tagesschlusskursbasis immer gehalten hat. Knapp darunter ist dann für mich der vielleicht noch etwas wichtigere Bereich, wenn man vielleicht auch mal etwas ranzoomt. Das sind zum einen die Hochs, die wir zu Beginn dieses Jahres ausgebildet haben, insbesondere im Februar und im März, als dann auch, was für mich ein sehr wichtiger Indikator ist, der faire Preis, also der volumengewichtete Durchschnittspreis diesen Jahres. Der zieht immer weiter nach und ist ziemlich genau auf dem gleichen Niveau bei aktuell ca. 15.700. Also ich könnte mir durchaus noch etwas weitere Abschläge vorstellen. Aber das ist für mich das Schlüsselkriterium oder der Schlüsselbereich auch für die nächsten Wochen. Darüber sieht das Chartbild weiterhin bullig aus, hier im langfristigen Chart. Darunter könnte dann doch noch weitere Abschläge folgen. Aber bisher sieht es recht positiv aus, auch in dieser Woche, wenn wir jetzt mal etwas reinzoomen, auch in die kleineren Zeiteinheiten. Auf Wochenbasis hat sich in der letzten Woche nicht allzu viel getan. Wir sehen eine seitwärts gerichtete Konsolidierungswoche, nachdem wir in der vorletzten Woche ja sehr abwärts gerichtet tendiert haben mit einer Trendwoche, war das eine Konsolidierungswoche. Zu Beginn dieser Woche jetzt etwas Schwäche im Markt zu sehen, aber wir haben das Tief der Vorwoche nicht rausnehmen können, was durchaus sehr positiv zu werten ist. Und dann sind wir recht zügig nach der Eröffnung dann auch wieder zurückgekehrt in die Value Area der Vorwoche. Und das war dann vielleicht sogar ein sehr gutes Long-Signal. Also über 15.885, das habe ich mal als rote Schlüssellinie auch für diese Woche eingezeichnet, ist der Markt erst einmal positiv zu werten auf eine weiterführende Erholung. Und das konnte man heute Morgen vielleicht auch recht schön handeln, wie ich finde, nach der Kasseröffnung, wenn man die anderen Daten einmal ausblendet, also hier wirklich nur von 9 bis 17.30 Uhr, jedoch die Futures-Daten. Wir haben die Schwäche gesehen, aber dann recht zügig die Stärke im Markt zu sehen in den kommenden 30 Minuten. Und für mich die beste Möglichkeit, vielleicht dann auch mit einem recht geringen Risiko sich zu positionieren, war der Rücksetzer, den wir dann hier gesehen haben. Ich färbe es mal in einer anderen Farbe ein, dann kommt das etwas besser hervor. Das war gegen 9.40 Uhr, haben wir den Rücksetzer gesehen, zum Value Area T vom Freitag, also bei 15.998. Und dann, spätestens als wir den V-Web des aktuellen Tages zurückerobert haben, war das vielleicht eine gute Einstiegsgelegenheit und man konnte das wirklich mit einem recht engen Stopp von 10, maximal 15 Punkten vielleicht absichern. Und seitdem hat der Markt eine schöne Bewegung hingelegt, pullt jetzt etwas zurück. Also ein kleiner Rücksetzer, den wir aktuell sehen. Aber insgesamt ist das durchaus recht positiv zu werten, diese ersten anderthalb Stunden jetzt nach der Kasseröffnung. Ja, die waren vielleicht auch davon getrieben, dass zum Wochenstart immer mal neues Volumen reinkommt und dass man sich ja aus dem großen Bild abgeleitet hat. Die Range hat wieder mal unten gehalten. Genau, die Range hat gehalten, auch die Trendlinie hat gehalten. Von daher, das ist positiv zu werten und daher mittelfristig vielleicht weiterhin bisher die Long-Seite zu bevorzugen. Und das hätte heute auch im frühen Handel recht gut funktioniert, nachdem wir wirklich diese wichtige Zone jetzt hier auch gehalten haben. Ja, wenn man sich letzte Woche nochmal im Detail anschaut, war es ja kein starkes Minus, was wir gesehen haben. Aber die Volatilität, die Trader brauchen, die ist ja teilweise so niedrig gewesen, dass ich mich frage, was macht denn der VDAX oder beziehungsweise der V-Stock, den du hier immer mit im Bild hast? Ja, der kam auch etwas zurück in der letzten Woche, nachdem er dann entsprechend hier angesprungen war. Zu Beginn des Monats, August, kam er etwas zurück. Aber insgesamt konsolidiert er weiterhin auf recht niedrigem Niveau, hier auch im Bereich von circa 18 Punkten. Also die Volatilität ist nicht allzu groß, keine allzu große Angst in den Märkten. Von daher, ja, keine besonderen Bewegungen von dieser Seite herauszulesen. Ja, das deckt sich auch so ein bisschen mit dem vielen Creed-Index. Der ist immer noch im Gear-Bereich. Der war zwischenzeitlich mal in extremer Gear, aber jetzt immer noch im Gear-Bereich. Da sind in den amerikanischen Märkten auch viele noch positiv, trotz einiger Indizes, die zurückgekommen sind. Aber auf die kommen wir danach. Erst mal den Dow Jones vielleicht, denn der hat die Woche sogar im Plus abgeschlossen. Unter anderem, weil einige von den Schwergewichten die Quartalsteilen gemeldet hatten. Auf die Aktien kommen wir später. Hier gut nach oben zogen. Genau, der einzige Index in den USA, der positiv die Woche beendet hat, circa 0,6 Prozent Zugewinne. Und nach dem wirklich, nach dem starken Run, den er im Juli hatte, der Rücksetzer, der den Markt durchaus gut tut. Und ich denke, solange wir oberhalb auch dieses wichtigen Unterstützungsbereichs handeln, ist das weiterhin positiv zu werten. Also wir haben die 35.000er-Marke nicht mal von oben getestet, geschweige denn etwas tiefer, vielleicht auch die 34.800 bis 850. Also es ist eine Konsolidierung auf hohem Niveau und vielleicht könnte da der nächste Aufwärtsimpuls dann auch in Kürze starten. Ja, im Gegensatz dazu hat es den Nasdaq wieder ins Minus gedrückt auf Wochensicht. Die Woche davor waren schon über 3 Prozent Minus. Jetzt kommen nochmal 1,5 waren es, glaube ich, dazu. Der scheint trotz diverser Erholungsrallye Intraday sehr angeschlagen. Ja, der ist auf jeden Fall angeschlagen. Und er hat in der letzten Woche auch diesen Schlüsselbereich nach unten verlassen. Also die Zone von ca. 15.400 bis 15.475 hier im Future. Jetzt kommen wir etwas zurück, aber sind jetzt auch fast an einem noch wichtigeren Bereich angekommen. Das ist zum einen natürlich die 15.000er Marke, diese runde Marke. Da waren wir heute Morgen bis auf 20 Punkte schon herangelaufen. Knapp darunter ist aber, denke ich, der Schlüsselbereich auch für diese und für die kommenden Wochen. Das ist dieses Value Area Hoch des aktuellen Jahres, was täglich nachzieht. Liegt aktuell ca. bei 14.900. Das sind dann auch die Tiefs, die wir Ende Juni hier ausgebildet haben. Von daher ein sehr wichtiger Bereich, den wir vielleicht heute oder in den kommenden Tagen testen. Und da müssen dann die Bullen zeigen, ob die Stärke weiterhin vorhanden ist, die den Index ja getragen hat, hier über Wochen oder Monate, um es zu sagen. Und jetzt kommt der Markt etwas zurück, näher zu Schlüsselbereichen. Und da müssen wir dann sehen, in welche Richtung sich der Markt dann auch entscheidet. Wenn man etwas weiter reinzoomt, sieht man hier auch nochmal das Minus auf Wochenbasis entsprechend. Aber es ist nicht so stark ausgefallen, wie in der vorletzten Woche. Aber nichtsdestotrotz hat der Markt die Woche recht negativ beendet. Hier fast in der Nähe der Wochentiefs. Jetzt auch die sehr schwache Eröffnung in dieser Woche. Wir haben das Vorwochentief sogar rausgenommen. Also das Tief heute Morgen im Future lag hier auch bei 15.020,75. Jetzt eine Erholung in den letzten anderthalb Stunden. Also wir sind wieder über 15.150. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Zone für mich. Das sind die Tiefs, die wir am Mittwoch und am Donnerstag ausgebildet haben. Von daher, da könnte der Markt oder die Richtung sich auch entscheiden. In den nächsten Stunden vielleicht sogar. Wir kämpfen aktuell mit diesem Niveau von der Oberseite. Und ja, vielleicht kommt hier Kaufinteresse rein. Dann könnte sich diese Erholungsrallye durchaus fortsetzen. Ansonsten unter 15.150 hier im Future ist der Markt weiterhin als schwach zu werten. Und die Rallys, wie ich schon vorhin sagte, werden ja auch schnell wieder abverkauft. Was aus meiner Sicht dafür spricht, dass wir noch nicht unten angekommen sind. Ja, das sehe ich auch so. Wie gesagt, es gibt noch etwas Potenzial auf der Unterseite, das sich auch für diese Woche und für die kommenden Handelstage sehen. Und da nähern wir uns dann wirklich sehr signifikanten Niveaus, wo es ansonsten doch noch wesentlich düsterer werden könnte. Aber noch ist das Stimmungsbild eher als relativ neutral zu werten für diese Woche, nachdem wir jetzt zurückgekommen sind. Also es ist nicht, man sollte sich auch nicht zu bärig positionieren. Intraday kurzfristig gibt es natürlich Möglichkeiten in der letzten Woche im Nesdaq eher auf der Unterseite vielleicht zu suchen, nach diesen Rallys, die wir hatten, die dann recht zügig abverkauft worden sind. Aber für diese Woche erstmal stehen die Zeichen auf relativ neutral, wie ich finde, nachdem der Markt jetzt doch in den letzten beiden Stunden eine gewisse Stärke hier gezeigt hat. Ja, wir werden es weiter beobachten. Du hast es schon genannt, dass es ganz viele Wirtschaftsdaten gab, auch in der letzten Woche. Die wirken sich natürlich auf den Euro-US-Dollar aus. Der ist auch ganz schön hin und her geschwankt in den kleinen Zeiteinheiten. Hat sich da vom großen Bild was geändert? Vom großen Bild hat sich nicht allzu viel geändert. Also wir kämpfen weiterhin auch mit dieser Trendlinie, die wir jetzt schon zweieinhalb Wochen angesprochen haben. Der Markt kann sich nicht richtungsweisend davon entfernen. Also diese absteigende Trendlinie nach dem Ausbruch der Rücksätze. Aber danach fielen die Aufwärtsimpulse wirklich nur sehr moderat aus. Auch heute kämpfen wir weiterhin mit dieser Linie hier auf der Oberseite. Also es ist ein sehr wichtiger Bereich bei ca. 1,095 hier im Future, von dem sich der Markt nicht so recht weg entfernen kann. Und ja, darunter könnten dann weitere Abschläge folgen. Zunächst bis 1,088 oder dann auch wieder bis zur unteren Trendlinie bei ca. 1,08, 1,082. Also bisher, ja, relative Konsolidierung auf dem Niveau, ja, dass der Markt versucht zu halten, aber er kommt nicht wirklich vom Fleck, könnte man sagen. Ja, er kommt nicht wirklich vom Fleck, gilt auch für einige Edelmetalle. Jetzt wollen wir uns nicht wieder Gold anschauen, den hatten wir nämlich schon die letzten Wochen, sondern den Silberpreis mal ausnahmsweise. Auch da sieht man im mittelfristigen Zeitraster, dass die Hochpunkte leicht fallend sind. Aber es hat nicht dazu geführt, dass der Silberpreis hier deutlich unter Druck geriet. Er verharrt mehr oder weniger über der 22-Dollar-Marke. So, jetzt nehmen wir den Silberpreis mal mit hier rein, auch im großen Bild. Und dann können wir mal schauen, wo der aktuell hier quotiert. Der kam, das muss ich schauen, im Silber sind wir, glaube ich, noch nicht im Dezember, sondern wir haben das meiste Volumen. Sonst muss ich nachschauen, weil den Silber, den handele ich aktuell selbst in der Tat nicht allzu häufig, aber den kommen wir auch gleich mit dazu, vermutlich dann im September. Tut sich was? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich hatte es ja auf der Tonspur. Nee, sonst nehmen wir das CFD mit rein. Jetzt bekomme ich gerade hier für den Future keine Daten. Dann nehmen wir hier das Endlos CFD. Da sind die leicht abwahrischend, die Daten, aber da können wir es trotzdem mit reinnehmen. Ansonsten, ich habe das Volumen immer gerne mit dabei als Indikator. Aber hier sieht man den Silberpreis jetzt, also aktuell über 22,5 nochmal. Es ist auch ein Rücksetzer innerhalb dieser Konsolidierungsrange. Also das ist eine sehr markante Marke, wie ich finde, hier bei circa 22,5 Dollar. Die testen wir jetzt zur wiederholten Marke, male ich ja auch auf der Oberseite. Und das ist für mich in dieser Woche hier vielleicht ein richtungsweisendes Niveau, ob wir uns davon wieder entfernen können oder ob wir da runterfallen, dann rücken sehr, sehr schnell auch wieder die Tiefs, die wir hier im März ausgebildet haben, in den Fokus bei der runden Marke von circa 20 Dollar. Also jetzt doch wieder Schwäche in den letzten beiden Wochen hier zu erkennen in dem Silberpreis und vielleicht eine entscheidende Marke, wo sich dann auch das Edelmetall hier entscheiden muss. Werden wir weiter mit updaten und direkt zu den Aktien rübergehen, denn du hast die Gewinner und Verlierer der letzten Woche schon mal feinsäuberlich aufgearbeitet. Genau, starten wir gerne ja auch mit den Gewinner und Verlierern aus dem Dow Jones. Da war es so, 18 Einzelaktien haben die Woche im Plus beendet, also auch die Mehrheit der Einzelwerten nur 12 im Minus. Auf der Verliererseite zu nennen, hier auch die zweite Woche in Folge, eine Apple mit minus 2,3 Prozent. Auch eine Salesforce hatten wir in der vorletzten Woche, hier schon bei den Verlierern genannt, mit minus 2,7 Prozent. Und der Verlierer der letzten Woche war die Goldman Sachs mit minus 3,3 Prozent. Auf der Gewinnerseite zu nennen, eine Walt Disney mit plus 3,2 Prozent. Caterpillar mit plus 3,2 Prozent. Und der Gewinner der Vorwoche war die Amgen mit plus 7,9 Prozent. Beim Nasdaq war es insgesamt etwas schwächer. Nur 40 Einzelaktien haben die Woche im Plus beendet, 60 demzufolge im Minus. Starten wir hier auch vielleicht mit den Verlierern. Eine Marvel Technology kam stark zurück, minus 8,9 Prozent. Eine The Trade Desk, die haben wir am Freitag auch schon mal etwas näher analysiert, minus 12 Prozent. Die kämpft auch mit einem Schlüsselbereich. Und eine Datadoc war der Verlierer der letzten Woche mit minus 16,8 Prozentpunkten. Auf der Gewinnerseite zu nennen, hier eine Regeneron mit plus 5,3 Prozent. Monster Beverages mit plus 5,6 Prozent. Und auch hier die Amgen mit dabei mit plus 7,9 Prozent. Lass uns da gerne bei dem Gewinner in beiden Indizes anfangen mit der Amgen. Amgen, die haben ja viele eher als langweilig gewährt auf der Agenda. Aber die hat sich gerade in jüngster Zeit befreien können, ein Stück weit nach oben und sehr stark zugelegt. Übrigens, die Woche davor war die auch schon im Plus. Also die Aktie scheint jetzt wieder bei internationalen Investoren da auf Liebe zu stoßen. Warum? Die Jahresprognose wurde nach oben angepasst. Und es gab auch einen kleinen Gewinnsprung in der Bilanz. Genau, die ist wirklich stark angesprungen. Die Amgen von diesem Unterstützungsbereich, von dem sich die Aktie nicht wirklich entfernen konnte in den letzten Monaten. Kurzzeitig waren wir ja schon mal unter diesem Niveau. Aber jetzt wirklich zügig diese Marke zurückerobert bei 325 Dollar. Der Rücksetzer hier zum 50-Tage-Durchschnitt, der auch begonnen hat, nach oben zu drehen. Von daher ein potenzielles Long-Signal hier auch Anfang August. Und jetzt der schöne Run über die letzten Handelstage. Damit hat man auch den 200-Tage-Durchschnitt und auch die vormalige Widerstandszone bei ca. 255 bis 257 hier schlagartig überwunden. Und ja, da würde man sich vielleicht jetzt einen kleinen Rücksetzer wünschen. Also diesen Bereich können wir gerne hier mal als potenzielle Unterstützung auch einzeichnen. Sollten wir dahin zurücklaufen und diesen halten können, ist das weiterhin sehr positiv zu werten. Ansonsten weiteres Rückschlagspotenzial vielleicht zum 200-Tage-Durchschnitt, der aber relativ neutral, sehr flach hier quotiert. Von daher ein schöner Run in dieser Aktie. Und jetzt gilt es natürlich, diese Kursniveaus zu halten, um dann vielleicht auch höhere Kursniveaus anzuvisieren. Das Jahreshoch liegt bei ca. 276 Dollar. Das haben wir direkt zu Beginn des Jahres hier markiert. und dann auf der Oberseite sicherlich die Hochs aus dem November des letzten Jahres bei 296 Dollar zu nennen. Also insgesamt ein schönes Chartbild. Die Aktie ist angesprungen und jetzt muss man schauen, ob da vielleicht Folgegewinne in den nächsten Tagen oder Wochen hier Einzug halten können. Ja, also die fühlen sich zumindest vom Unternehmen her in der Spur. Bei Caterpillar gilt das wohl auch, denn die Konjunkturprogramme, die in den USA aufgelegt wurden und wo auch international viel Nachbesserungsbedarf noch bevorsteht, nicht nur wegen Umweltkatastrophen, wo aufgeräumt werden muss und Straßenbau wieder neu vollzogen werden muss, sondern einfach die Restaurierung, die Sanierung von bestehender Infrastruktur. Das ist etwas, wo Caterpillar immer ganz vorne mit genannt wird. Genau. Und ja, die sind wirklich hier nochmal angesprungen entsprechend nach den Zahlen, haben hier ein neues Hoch ausgebildet und können diese Kursniveaus auch sehr schön halten in der letzten Handelswoche. Also innerhalb quasi dieser großen Kerze hier die Konsolidierung. Ich denke, über den vorherigen Hochs, über 265 Dollar, ist das Chartbild weiterhin sehr positiv zu werten. Also da gab es jetzt auch keine nennenswerten Rücksätze. Man hätte sich vielleicht einen etwas größeren Rücksetzer auch gewünscht, um mit einem besseren Chancenrisikoverhältnis hier vielleicht auch einsteigen zu können, weil die Aktie konsolidiert. Vielleicht dauert die Konsolidierung auch noch etwas an und es gibt dann die Möglichkeit, vielleicht bei einem Rücksetzer hier sich auch zu positionieren. Also ein schöner mittelfristiger Aufwärtstrend jetzt seit den Tiefs, die wir Ende Mai, Anfang Juni ausgebildet haben. Es gab zwar keine größeren Rücksetzer, von daher war es schwierig, hier vielleicht auch einzusteigen. Man sieht, der 50-Tage-Durchschnitt wurde jetzt schon seit zweieinhalb Monaten nicht mehr getestet, aber die Aktie zeigt Stärke und kann diese hohen Niveaus auch halten. Worüber wir in der Vorwoche gar nicht gesprochen hatten, war die Disney. Die haben tatsächlich auch Quartalszahlen gemeldet und da muss man resümierend sagen, die Themenparks haben uns wieder mal rausgerissen. Genau, die Aktie wirklich ja schon seit Monaten, muss man sagen, auf einem sehr niedrigen Niveau nach dem starken Abwärtstrend, der uns schon im Jahr 2021 und über das komplette letzte Jahr begleitet hat. Ja, hat die Aktie immer wieder die Tiefs hier getestet. Also die 85-Dollar-Marke war hier sehr, sehr wichtig. Die hat man zuletzt halten können. Diese absteigende Trendlinie hat man jetzt nach den Quartalszahlen nach oben verlassen. Am Freitag kam man jedoch wieder zurück und ja, ich denke, das ist jetzt auch für diese Woche das Schlüsselniveau hier bei ca. 88,5 bis 89 Dollar. Dort liegt auch der 50-Tage-Durchschnitt, der liegt relativ flach, relativ neutral aktuell. Von daher, diese Marke gilt es zu halten, um vielleicht hier dann auch irgendwann die Umkehr zu schaffen aus diesem Abwärtstrend. Und wir sind weiterhin im Abwärtstrend. Von daher ist jedes Kaufsignal hier erstmal mit Vorsicht zu werten, weil man sieht, 50-Tage-Durchschnitt liegt immer noch unter dem 100 und unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Es kann hier noch etwas dauern, bis die Aktie vielleicht hier auch nach dieser wirklich sehr, sehr langen Konsolidierung dann in den potenziellen Aufwärtstrend übergeht. Wir sehen die ersten sehr moderaten, positiven Signale hier vielleicht aktuell. Von daher ist es weiterhin riskant. Aber vielleicht kann man hier mit einem sehr engen Stopp versuchen, vielleicht einen sehr guten Einstieg zu finden. Ansonsten werden sich hier auch noch bessere Einstiege in der Disney vermutlich finden, wenn die gleitenden Durchschnitte dann auch die Anordnung geändert haben. Wir warten ja viele Marktbeobachter darauf, dass sich im Streaming-Bereich etwas Positives tut. Das ist so ein bisschen das Sorgenkind. Nicht nur, weil die Abonnenten nicht mehr stark wachsen, sondern auch, weil von den Features oder den neuen Filmen und Serien momentan nichts nachkommt. Denn Hollywood ist gerade Regisseurstreik. Genau, der Streik ist immer noch nicht beendet entsprechend. Von daher muss man da schon für die letzten Monate überlegen, ob man dann wirklich viele neue Filme und Serien im Programm hat. Und ansonsten muss man etwas mehr auf die Konserve zurückgreifen. Von daher, das belastet natürlich alle Streaming-Dienstleister. Und dazu gehört natürlich auch ein Disney Plus dann, ja. Genau, aber zum 50. Mal Kevin allein New York anschauen, macht dann auch keine Freude mehr. Das stimmt. Lassen Sie uns in einen ganz anderen Sektor mal reinbohren, die Chevron. Wir hatten das nämlich auch erstmal ein bisschen zurückgestellt, thematisch vor über einer Woche gab es Quartals dann aus dem Ölsektor. Und die Chevron gilt ja als eine der Highflyer, wenn es um Dividenden geht und auch um Ertragsstärke. Und das hat die Aktie jetzt wieder ein bisschen beflügelt. Ein bisschen beflügelt, aber insgesamt ist es weiterhin eine Konsolidierung hier, eine Konsolidierungsrange über die letzten Monate zwischen ca. 150 Dollar auf der Unterseite und 165 Dollar auf der Oberseite. Die Aktie ist leicht angesprungen, aber ich denke, das wichtige Niveau, das es hier auch zu überwinden gilt, liegt leicht oberhalb. Das ist der 200-Tage-Durchschnitt und auch dieser horizontale Widerstandsbereich bei ca. 166 bis 167,5 Dollar. Darüber würde sich das Bild noch deutlicher aufhellen und das ist dann auch als potenzielles Einstiegssignal hier vielleicht zu werten, bis in den Bereich von 173 Dollar. Dort könnte man sich die ersten Gewinnmitnahmen vorstellen. Und dann rücken natürlich auch wieder die Jahreshofs in Richtweite, die hier Anfang Februar oder Ende Januar ausgebildet worden sind bei ca. 187 Dollar. Also wieder leicht positiv zu werten, die Aktie, aber da gilt es noch eine kleine Hürde zu überwinden, bevor das Bild dann noch freundlicher aussieht. Ja und manchmal ist ja auch nach einer Schwächephase oder Seitwärtsphase dann gerade der Kauf intelligent. Wenn ich mir die Fortinet zum Beispiel anschaue, auch die haben wir in der letzten Woche einmal abgebildet im Freestalks-Aktien-Fokus-Format. So kann die auf Wochensicht sogar wieder zulegen. Aber da gab es natürlich auch im Vorfeld herbe Abschläge. Genau, da gab es herbe Abschläge nach den Quartals, dann wohl die Aktie extrem stark abverkauft. Man hat alle kleidenden Durchschnitte quasi mit einmal gerissen, hat unter dem 200-Tage-Durchschnitt eröffnet. Aber was positiv zu werten war, dass man diese Unterstützungszone, das heißt hier diese vormaige Range-Oberkante halten konnte, entsprechend bei ca. 57,5 bis 58 Dollar. Dort gab es schon am Mittwoch und am Donnerstag dann auch eine positive Aufwärtsbewegung vor dem Wochenende, wo die Aktie nochmal etwas abverkauft. Und das ist weiterhin auch der wichtige Unterstützungsbereich, denke ich, für diese Woche. Das gilt jetzt zu halten, um dann vielleicht etwas tiefer auch in das Gap hineinzuhandeln. Also vielleicht kann man für diese Woche auch einen Stop-Buy in Erwägung ziehen über den Vorwochenhochs, um dann einfach darauf zu spekulieren, wenn die Aktie Stärke zeigt, um dabei zu sein. Ansonsten unter den Vorwochentiefs kann es dann natürlich auch zu viel tieferen Abschlägen kommen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ein Großteil dieser Range durchlaufen wird und dann vielleicht auch die runde Marke von 50 Dollar getestet wird. Aber aktuell leicht positive Zeichen, trotzdem starken Abverkauf. Und da muss man schauen, wie sich die Aktien dieser Woche entwickelt. Ja, apropos diese Woche. Jetzt hast du es dreimal genannt. Jetzt wollen wir natürlich auch noch die Aktien anschauen, die sich dieser Woche mit Quartalszahlen aufwarten. Da fällt mir als erstes eine JD.com ein. Da bin ich ein bisschen verzweifelt aus Anleger-Sicht, aus Trader-Sicht wunderbar. Die schwankt immer so zwischen 35 und 40 Dollar. Aber irgendwie kommt sie nicht über diesen Punkt hinweg und kann sich stärker holen. Ja, sie kommt nicht wirklich vom Fleck. Also diese 35, 36 Dollar Marke, die ist sehr, sehr wichtig. Die haben wir jetzt sehr häufig getestet. Und ja, wir haben keine neuen Tiefs hier ausgebildet. Das ist positiv zu werten, denke ich. Aber die Aktien müsste, also am Freitag, das war auf jeden Fall schon wieder recht schwach zu werten. Gerade der Wochenschlusskurs, da hat man den 50- und auch 100-Tage-Durchschnitt hier nach unten gerissen. Da hätte man sich vielleicht etwas stärker auch gewünscht für diese Woche. Aber vielleicht bringen hier auch die Quartalszahlen dann den benötigten Impuls. Ich denke, über 37 Dollar ist das Bild durchaus positiv zu werten für einen potenziellen Run hier auch zum 200-Tage-Durchschnitt im Bereich von 45 Dollar. Unter 35 Dollar wird es dann auch wieder sehr, sehr düster und man könnte weitere Abschläge und vielleicht sogar Jahrestiefs in Erwägung ziehen. Also es ist sehr, sehr schwierig. Aber ich denke, die Quartalszahlen könnten hier vielleicht richtungsentscheidend für eine der beiden Varianten dann auch sprechen. Da geht es um Handel, im weitesten Sinne Internet, Handel. Wenn wir zu den stationären Handel zurückkehren, du hattest es auch schon erwähnt, kommt eine Walmart in dieser Woche mit Zahlen am Donnerstag, möchte ich meinen. Und die Aktie, die ist nämlich eher am Allzeithoch angesiedelt, als mit irgendwelchen Tiefs zu kämpfen. Genau, die Walmart hat zuletzt stärker gezeigt, in den letzten Wochen oder Monaten eigentlich schon seit dem Test des 200-Tage-Durchschnitts hier Mitte März. Einen schönen Run hingelegten, Rücksetzer zum 100-Tage-Durchschnitt, der neuete Aufwärtsimpuls auf der Oberseite. Ja, neue Hochs hier ausgebildet und man kämpft so aktuell damit, hier auch die vorherigen Allzeithochs zu halten, die bei ca. 160 Dollar hier zu Buche standen. Von daher eine Konsolidierung auf hohem Niveau mit den neuen Hochs. Aber man sieht es natürlich sehr häufig, dass neue Rekordhochs dann auch erst mal zu Gewinnmitnahmen führen und zu einem kleinen Abverkauf. Von daher, man möchte sicherlich nicht hier oben einsteigen, aber ein potenzieller Rücksetzer ist weiterhin hier als Kauf zu werten, weil wir uns in einem schönen Aufwärtstrend befinden, mit einer schönen positiven Anordnung der gleitenden Durchschnitte. Von daher, ja, ich stimme dir zu, es sieht recht positiv von der Walmart aus. Und mal schauen, welche Quartalszahlen dann vermeldet werden. Vielleicht führen die zu einem Rücksetzer, der aber dann vielleicht durchaus ein Kaufsignal liefern könnte. Oder wir bilden neue Allzeithochs aus direkt, was ja dann eher für potenzielle Gewinnmitnahmen sprechen könnte, wer positioniert ist. Auf jeden Fall eine schöne Aktie in einem schönen Aufwärtstrend. Ja, bevor wir zu den Zahlen kommen, ist auf dem Weg dahin noch eine Home Depot angesiedelt, auch in Dauertschonswert. Und die größte Baumarktkette in den USA, die braucht man, um beispielsweise in Hawaii die ganzen Dinge, die durch Naturkatastrophe entstanden sind, auch wieder aufzubauen. Genau, die Aktie ist zuletzt auch angesprungen, nachdem sie hier konsolidiert hatte, aber dieses Niveau von ca. 280 Dollar dann auch hat halten können. Dann die Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte, der Rücksetzer und der schöne Run über den letzten Monat hinweg. Man konsolidiert auf hohem Niveau. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass als nächstes vielleicht zunächst die Jahreshochs und dann auch die Hochs, die wir hier im Dezember ausgebildet haben, ein Thema werden könnten, vielleicht schon zu den Zahlen. Von daher, die Aktie hat hier noch etwas Potenzial, bis in den Bereich von 345 bis 347 Dollar. Und ja, da muss man schauen, ob da dann direkt der Ausbruch gelingt. Ich denke, die Aktie ist jetzt ein Stück weit gelaufen. Eine Konsolidierung könnte guttun, bevor dann vielleicht auch deutlich höhere Kursniveaus in Erwägung gezogen werden könnten. Man sieht, die Hochs im Jahr 2022 wurden zu Beginn des Jahres ausgebildet. Also da ist viel Luft nach oben. Also es ist schön, dass die Aktie angesprungen ist, aber insgesamt sind wir immer noch in der Range. Die Range Oberkante als erstes Ziel und dann schauen, ob perspektivisch hier der Ausbruch gelingt. Einen Wert habe ich noch, der mit Zahlen aufwarte, die kommen schon heute. Und zwar die Chingo Solar mit J geschrieben. Die ist in der Community auch heiß diskutiert, dass sich die Aktie auch immer mal im Jahresverlauf verdoppeln und halbieren kann. Genau, das ist eine sehr volatile Aktie. Zuletzt hat sie wieder Schwäche gezeigt und ist ja auch unter dieses wichtige Niveau bei ca. 38 bis 39 Dollar zurückgefallen. Knapp darunter hier auch die Tiefs des letzten Jahres, die wir jetzt hier aktuell testen. Also eine weitere potenzielle Unterstützung, aber man kann diese Zone auch etwas tiefer hier anlegen, um das einfach mit reinzunehmen, das Vorjahrestief. Es ist ganz klar die Schwäche zu erkennen. Mal schauen, ob hier Kaufinteresse reinkommt. Aber ich würde hier eher nicht ins fallende Messer greifen wollen. Es ist ein mittelfristiger Abwärtstrend, den wir hier auch sehen mit der Anordnung der gleitenden Durchschnitte. Aktuell zeigt die Aktie eher Schwäche und bei einem Ausbruch könnten dann sogar die Tiefs, die wir hier im Jahr 2021 gesehen haben, bei 28,5 bis 29 Dollar vielleicht ein Thema werden. Also aktuell ganz klar die Schwäche und die Bewegung ist eher mit Vorsicht zu genießen. Ja, als Solarmodulhersteller aus China ist man natürlich am Preiskampf interessiert und nimmt dann weniger Marge in Anspruch. Aber das Unternehmen ist mittlerweile von der Bewertung her sogar bei einem KGV von 10. Ja, okay. Von daher ist es durchaus ein interessanter Wert, vielleicht perspektivisch, wer weiter auf die Solarbranche hier setzt, als Zukunftswert. Von daher als Investment durchaus vielleicht geeignet, aber aus Swing Trading Sicht ist es für mich hier auf jeden Fall noch zu früh. Ja, damit haben wir ganz viele Werte besprochen. Lass uns gerne nochmal in die Frontale gehen, wir zwei, um an alle, die jetzt offiziell zuschauen oder die Aufzeichnung später sehen, auf YouTube nochmal Dankeschön für die Teilnahme zu sagen und vielleicht auch Appetit zu wecken, sich einzutragen zur Registrierung, um das nächste Mal live dabei zu sein. Dann darf man nämlich auch seine Fragen mitbringen. Genau, das auf jeden Fall. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Es geht in den Urlaub für mich, aber Anfang September sind wir wieder dabei, jeden Montag hier mit dem Wochenausblick. Von daher gerne schon registrieren und dann wieder dabei sein. Ja, ich sammle auch meine Fragen bis dahin. Das wird für dich dann hektisch. Dann bereite ich mich drauf vor und dann werde ich bereit sein. Sehr gut. Vielen Dank erstmal Roland und schon mal von der Seite einen schönen Urlaub. Vielen Dank allen. Erfolgreiche Handelswoche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.